Hallo, mein Name ist Jörg Sitzikus. Ich befinde mich gerade hier im Garten unter den Bad Dürkheim auf dem Seminar von Ernst Kramere, Hör endlich auf zu jammern. Das Seminar ging zwei Tage. Ich habe wieder einen ganz, ganz tollen und vielen Input bekommen für meinen weiteren Lebensweg, habe neue Ideen bekommen und habe wieder eine richtige Motivationsspritze bekommen und kann dieses Seminar jedem empfehlen. Danke.